Wir sind in diesen Tagen sehr herausgefordert zu glauben an den Frieden, an das Gute, an einen Gott des Friedens. Ich sehe so viel Leid und das Leid ist so unnötig und so sinnlos. Wie soll ich da an einen Gott glauben, der Frieden mir pereist? Und doch, Himmel und Erde werden vergehen in der Ukraine und an vielen anderen Orten in der Welt und Gottes Wort steht unverwüstbar inmitten von diesem Chaos. Und die Bibel traut sich weiterhin, uns vom Frieden zu erzählen. Die Bibel ist ein dickes Buch, in dem viele Geschichten stehen über Krieg, Hoffnungslosigkeit, Flucht, Zerstörung und Leid. Und trotzdem traut sich die Bibel, uns heute vom Frieden zu erzählen. Beim Propheten Jeremia im Vers 11 steht, so spricht Gott, ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Dieser ganze Krieg findet statt in der Fastenzeit. Ich hatte dieses Jahr keine Lust, in der Fastenzeit auf irgendwas zu verzichten. Ich habe mich dazu entschieden, aktiv zu fasten. Und zwar lese ich jeden Tag ein Wort des Friedens aus der Bibel. Ich schaue vielleicht einen Gottesdienst im Fernsehen oder ich schaue eine Andacht auf YouTube, wie sie jetzt gerade oder lese einfach für mich selber in der Bibel. Und ich merke, es funktioniert. Die Worte des Friedens, die Gott für uns gedacht hat, sie setzen einen Kontrapunkt zu all dem Unheil in unserer Welt. Und es gibt mir Kraft. Es gibt mir Kraft, dass ich mich hier wieder für den Frieden einsetze. Ganz konkret für die geflüchteten Menschen, die auch hier in Fulda ankommen. Oder es gibt mir auch Kraft, Initiativen zu unterstützen, die in der Ukraine sich für den Frieden einsetzen. Die Katastrophenhilfe der Diakonie und das Gustav-Adolf-Werk, zwei sehr kirchlich verbundene Werke, sind schon lange in der Ukraine, haben dort gute etablierte Strukturen und können in all dem Chaos gerade noch funktionieren. Gott hat Gedanken des Friedens über uns. Nach jedem Winter kommt ein Frühling. Pflanzen, die im Winter absterben, beginnen im Frühling neu zu blühen und neu zu wachsen. Hoffen und beten wir gemeinsam, dass auch bald in der Ukraine der Winter des Krieges aufhört und neues Leben wieder blühen, wachsen und gedeihen darf. Diese Hoffnung schenkt uns Gott. Amen. Im Anschluss an meine Gedanken zeige ich Ihnen ein ukrainisches Frühlingslied. Es ist komponiert von Nikola Leontovic und wird hier modern dargestellt von der ukrainischen Sängerin Aileen, auf Deutsch und auf ukrainisch. Hoffen wir, dass die Freude dieses Liedes auch bald wieder in der Ukraine erklingen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschötrig, Tschötrig, Schötrigvogschka Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020